Wolle ich gleich verkaufen, wolle ich keine Ahnung. Wie sehr angenehm sogar mit dem Wiesn. Ich bin ja auch gut. Auge fällig. Ich bin ja hier letzte Woche im Schillig. Das hat ja hier den Hafen da oben. Musst du dann arbeiten? Ja. Achso, du hast schon eine Woche hinterlegt. Ich bin schon frei. Achso. Ich bin direkt nach Warnburg, Montag hier angefangen. Achso. Man muss da langsam anfangen. Wieso? Ja. Mauerlein. In Schwung, da oben. Wo ist der hier oben? Der ist ja oben. WurdeIA. Wie ist das oben? WurdeIA. Was ist der hinten? Da oben? Ja? Wie ist der hinten oben? Die hier hinten oben oben wo ist. Hier. Ich habe einen Schrauben, der ich auf dem einen Schrauben habe. Haben Sie geschrieben in der Treibung? Ja, ja. Das habe ich mir gesehen. Ja. Sicher viel gelassen. Wieso brauchst du mal nachvollziehen? Ist ja hier, du bist auch nicht witzig. Du blöder Hund. Und dann habe ich den Kerl gesagt, ist ja du. Ist ja hier, guck mal. Ich habe auch gestern gar keine Akkus mehr geladen. Ja, ja, siehst du, da kommst du wieder raus. Du hast dich doch nur getragelt und gedacht, die sind voll. Ja, ja, wie immer. Du musst die geladen werden. Er dachte, das ist ein gutes Lied. Wenn er den Akku im Auto hat, dann wäre er automatisch auf der Fahrt hierher aufgeladen. Das habe ich auf dem Auto gelegt. Auf dem Auto gelegt? Damit wir ein bisschen Wärme kriegen. Ja. Nee, das passt gut mit dem weißen Dach. Weil meine Raubart hier jetzt auch ein weißes Dach weiß. Und bei den Seilbagger ist ja die Kabine weiß. Das ist ja komplett weiß, ne? Ja, das kannst du da machen. Wir können das nicht machen, weil die halb integriert ist. Das sieht scheiße aus. Genau wie beim Ackermann geht das auch nicht, ne? Wobei das durch das weiße Dach sieht das schon wieder gut aus. Weil da nur alleine durch das nur weiße Dach hebt sich das so ein bisschen ab. Ja, das ist eigentlich irgendwie die Namen. Da hatte ich erst überlegt, ob ich die innen in die auch grau. Aber ganz grau ist mir auch am liebsten. Ich muss einen Video-Channel nachholen, die ganze Corona-Auszahlzeit wieder konzentrieren. Oder noch 15 Tage keine Kamera. Ja, dieser Sand hat dann halt die Nachteile, wenn das zu trocken geht. Wenn das jetzt so, dann hast du nur noch Schlauch nachher, ne? Ja, das finde ich immer, das ist das, was ich bei jedem Glas immer so ein bisschen schalte finde. Weil der gießt ja nicht, sondern das ist ja wirklich immer Pulver dann, ne? Sein Mutterbogen. Gießen die da hinten gar nicht? Ganz alle, er gießt, wie du schon sagst. Das Dach, das das natürlich auch alles wieder antrocknen, ne? Ja klar, lass mal jetzt so ein Wetter da sein, ne? Da kannst du gar nicht gegen angießen. Denn die Kubikmeter Wasser, die da durchgehen, das ist wahnsinnig. Aber das hältst du auch gar nicht aus, vor Wärme dann. Ne. Sondern die, die immer noch da sind, die sind doch mal gewesen bei dem. Wo? Die sind jetzt nicht viel mehr bei den Stromträdern als im Glas auf. Ja. Und wenn ja sowieso immer nur wenn, an dem langsamer werden die so gefahren sind, ne? Ja, das andere würde ich auch nicht. So Freitagabend hat Lohnst du dich auch nicht. Die meisten bist doch noch am Arbeiten, ne? Ja, entweder das beziehungsweise Freitag ist immer so. Die meisten haben da auch schon wieder um 8.08. Ja, du darfst wirklich kein Bock fahren. Ich meine, das sind nur 45 Kilometer von uns. Das ist nicht so weit, ne? Ja, aber für zwei Sekunden bin ich da auch nicht. Da hab ich gar keinen Bock drauf. Soll ich ja mal das Auto zu packen, ich bin nicht kurz die Zeit damit. Weil die machen ja auch jetzt um 6.08. auf. Ja, ja, genau. Dann bin die dann um 8.08. auf. Ne, da fäll'n wir auch. Das fäll'n mich so blöd. Ja, das fäll'n mich so blöd. Das finde ich auch nicht. Wie gesagt, wenn wir hinfahren immer dann den langsam, dann halt jetzt. Ja, ja, klar. Das war schon fast das, was wir sonst haben. Ausführungs ist eine lindo erste. Alles klar, wir müssen uns auch er frase leben und haben Balance mit einem nicht. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020